Es ist wirklich wichtig, weil in dieser heutigen Zeit denken wir viel zu wenig an den Tod. Und der Prophet a.s.w. sagt ja, die Herzen sind wie Eisen. So wie Eisen rostet, so rosten auch die Herzen. Dann sagen die Sahabes, ja Rasulallah s.a.w. Was ist denn das Lösemittel dagegen? Was ist denn das Heilmittel dagegen? Dann sagt unser Prophet a.s.w. viel Koranlese und viel den Tod gedenken. Was ist denn das Lösemittel?